Elektro-Borne-Wasser. Licht, Kraft, Industrieanlagen. Ihr Energieeffizienz-Fachbetrieb für moderne Elektrotechnik. Das Löwenfestival 2018 bei uns in Remscheid startet mit einem besonderen Konzert, John Diva and the Rockets of Love, präsentiert von der Stadtparkkasse Remscheid und ich hab John bei mir. John, willkommen zu Remscheid. Was erwartet ihr von heutiges Konzert? Ein viel. Der Sonne ist glücklich, die Leute sind glücklich, es scheint die Freizeitzeit zu sein. Wir haben einen Drink. Nur einen? Nur einen, natürlich. Eine Minute. Ah, okay. Das ist der Rock'n'Roll-Lifestyle. Also, natürlich freuen Sie sich heute hier bei uns zu sein und ein Getränk oder zwei werden Sie sich wahrscheinlich gönnen. Wie ist es für Sie, heute an dieser Stelle zu spielen, vor ein paar tausend Leuten zu spielen? Ähm, an der Bühne. Nein, ich liebe es. Ich liebe es. Ich kam zu weit weg. Ich fuhr in Berlin gestern. Ich habe den Train, das in Deutschland funktioniert. Der Rock ist großartig in Deutschland. Total großartig. Und, ähm, ich bin noch ein bisschen von der letzten Nachts Reise. Und jetzt werden wir einfach raus und rocken. Und es ist gut, die Energie und ein Workout zu haben. Ich denke, die Leute sind schön in Deutschland. Ich liebe es. Und das ist das Ding. Also, die Leute sind toll. Die Leute sind rübergekommen hier zu uns. Ähm, wie ist es für Sie, dein Stil der Musik präsentiert? Ich meine, wie ist es mit den 80ern, mit dem Gefühl, den du herauskriegst? Right. You know, California is not the same as it used to be. It's very boring there. You can't drive your car more than 65 miles an hour. So, I always thought that the motherland of Rock'n'Roll actually needs to be Germany. You got good beer, you got blonde girls, you got Porsche, Mercedes, BMW and you got the Autobahn. You can speed it up, right? And that's what it is about. Also, Deutschland is a nice land. Ich glaube, jeder hat verstanden, was he said. How do you interact with the audience? I mean, that's an important part of your program, your show, the show element. How important is it to get the crowd really getting going? Very important. We live for our audience. And I think it's a win-win if we're together. You know, we can't do without the audience. We need the audience. And it's all we're there for. We burn from the first minute. Also, the relationship to the audience is also important. You play a very mixed repertoire of songs from the 80s. Even though I have a different band, which I loved in those days. That was Def Leppard in those days. Yeah, and we started with that. But if I'm listening to KISS or, you know, the other bands, how does it feel? I mean, how is it for you to be the performer on stage? You know, I grew up with that stuff, you know. And I wrote some of that stuff. I know all these guys. It's like, what you would say, somebody told me, it's like Heimat. Heimat music for me. It's in my blood. It's mother's milk to us. And we live it. We live it. We live it. Also, they live this music. And if you want to talk about it... Last question. You gonna rock the stage tonight? I will. For sure, man. Take my word. Remscheid, are you ready for Roz? Think you are. Dankeschön. Thank you very much. John Diva and the Rockets of Love. Welcome, man. Thanks a lot. Taking your time.